Hi Leute, diesmal habe ich dabei die 21. Ausgabe der Marvel Superhelden Sammlung. Diese ist Nick Fury gewidmet. Hier haben wir einmal die erste Ausgabe von Sergeant Fury and his Holy Commando drin. Eine wirklich interessante Ausgabe. Und dann haben wir die ersten 6 Ausgaben der Secret Warrior Reihe dabei. Die mich auch gleich so angehalten hat, dass ich jetzt auch Interesse habe an den restlichen 4 Bänden. Also Band 2 bis 5. Ich habe auch schon gegoogelt bei Ebay, aber bisher nur den dritten zu einem anständigen Preis gefunden. Aber das würde ich jetzt auch wirklich mal im Auge behalten. Und wenn ich es mal irgendwo unterkriege, auf alle Fälle auch weiterholen. Denn das war wirklich geil. Es war einfach nur geil. Und dementsprechend fangen wir auch mit den Secret Warriors an. Es ist nun mal der größte Anteil dieses Comics. Und das, was für mich natürlich mehr zählt als die Classic Ausgabe. Secret Warriors spielt nach den Ereignissen des Secret Wars. Nicht des Secret Wars, sondern des Secret Wars der Miniserie von Brian Bendis. Wo Nick Fury ohne Erlaubnis der Regierung in Latveria mit einigen Superhelden einmarschiert. Um den Geldfluss der Superschorken zu unterbinden. Daraufhin wurde Nick Fury aus dem Dienst gestellt. Und ist seitdem der meistgesuchteste Mann der USA. Oder der zweitgesuchteste Mann stand hier irgendwo drin. Ja und er ist im Untergrund, aber aus dem Untergrund heraus tut er immer noch alles um die Welt sicherer zu machen. Das haben wir auch beim Deadpool Secret Invasion Band ganz gut gesehen. Wo er ja Deadpool die Aufgabe gegeben hat, die Squalls zu unterwandern. Und die Daten über die Squall Königin zu sammeln. Die ja dann unverschämterweise von Norman Osborn eingesagt wurden. Ja und die ersten zwei Ausgaben spielen so rund um Secret Invasion. Und die restlichen vier sind dann alles schon Dark-Ragen-Ausgaben. In der ersten Ausgabe lernen wir eigentlich erstmal nur das Team der Secret Warriors kennen. Ein Team, was aus unterschiedlichen Superwesen besteht. Die sich um Daisy Jones, also um Craig, versammelt haben. Die im Auftrag von Nick Fury diverse eben Aufgaben erfüllt aus dem Geheimen. In diesem Fall sollen sie eine alte Shield-Basis eigentlich nur überwachen und eingreifen, wenn etwas passiert. Und so passiert es auch, dass plötzlich Hydra diese alte verlassene geheime Basis attackiert. Ja und so stellt sich eben das Team rund um Craig eben diesen Angreifern. Leider wird das Team in die Flucht geschlagen. Und sie geben daraufhin natürlich ihrem Boss Nick viel darüber Bescheid. Daisy entschuldigt sich auch noch. Das Versagen wäre natürlich vollkommen ihre Schuld. Sie sagt, es war es vollkommen egal. Es war alles eigentlich nur eine Beobachtungsmission. Ihr hättet gar nicht eingreifen müssen. Ich wollte eigentlich damit etwas testen. Denn diese Basis war eine von neun geheimen Basen, von denen nichts in den Schildakten auftaucht. Dementsprechend weiß weder Hammer noch der Präsident irgendwas von diesen Basen. Und ich selbst bin zum Präsident gegangen und habe ihm Standorte von zwei dieser Basen mitgeteilt, weil ich eben herausfinden wollte, wie korrumpiert die US-Regierung ist und eben die Sicherheitsbereiche, sprich Hammer, Shield Hammer, wie auch immer zu diesem Zeitpunkt. Ja, wäre jetzt Hammer dorthin gekommen und hätte die Basis gesichert, wäre alles gut gewesen für ihn. Dann hat er gesagt, okay, die Regierung ist safe, ich kann alles gut sein lassen. Stattdessen tauchte aber Hydra auf und wie gesagt, außer ihm und dem Präsidenten wusste keiner von dieser Basis was. Und dementsprechend ist ihm nun klar, dass eben die Regierung von Shield unterwandert, von Hydra unterwandert ist. Ja, aber was führte Nick Fuhl überhaupt zu diesem Verdacht? Daisy Jones erfragt das natürlich und er sagt dann natürlich nur eins. Ja, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch überall meine Spitze drin und daraufhin öffnet er seine abgesicherten Shield-Daten, geht ganz weit in die Tiefen der Server hinein und plötzlich taucht Hydra als Unterprogramm auf. Und wir erfahren, dass alle Daten seitens Shield schon seit Jahrzehnten immer weitergeleitet wurde an Hydra. Und natürlich ist das auch für Nick erstmal schwer zu fassen, denn er hat ja immer einen direkten Kampf mit Baron Strucker geführt. Und versteht das also selber auch gar nicht ganz, wie das ist, aber er sagt ganz klar, wir müssen uns damit abfinden, dass dem so war. Wir müssen das so akzeptieren und wir müssen jetzt alles tun, um dies zu unterbinden, um Hydra aufzuhalten. Ja, währenddessen hat Hydra ganz eigenes Problem, denn wir treffen in der nächsten Ausgabe Baron Strucker in einer Hydra-Basis unter dem Meer. Ja, als plötzlich zu ihm vier geheime Agenten kommen, die ihm nur davon berichten, dass gerade auf der Welt überall Skrulls auftauchen. Also wir wissen jetzt schon, wir befinden uns in Secret Invasion. Ja, Strucker spricht die dazu gleich an und sagt, stopp die Scharade und zeigt euch. Und daraufhin verwandeln die sich in Skrulls. Baron Strucker erledigt diese vier und von dem letzten erfährt er aber noch, dass eine unendliche Anzahl an Skrulls Hydra bereits unterwandert hat. Und daraufhin macht natürlich Baron Strucker das Einzige, was für ihn logisch ist. Er zerstört diese ganze Anlage und veranlasst ein Treffen mit allen anderen geheimen Anführern von Hydra. Das ist einmal eine Person namens Kraken, von der man bisher gar nichts weiß. Dann Madame Hydra, die aber nicht die klassische Madame Hydra ist, denn Viper ist nämlich einzeln auch dabei, aber eben unter dem Namen Viper. Dann haben wir Hive, den ich eigentlich bisher nur aus der Agent of Shield Serie kenne. Und natürlich Baron Strucker selbst. Ja, wir sehen hier aber bereits, hier ist ein Platz frei. Und daraufhin begeben sich diese fünf Anführer zur Hand und lassen noch einen seit Jahren verstorbenen Anführer auch wieder beleben. Und nun wollen diese Hydra-Zusammenvereinigung, dieser Zusammenschluss aller Hydra-Zweigstellen sozusagen, ja, einen Coup gegen die US-Regierung starten, indem sie alles, was von Shield noch übrig ist, einsammeln, bevor Hammer es kann. Natürlich erfährt davon, oder besser gesagt, ist das Nick Fury auch klar. Und dementsprechend entsendet er seine Secret Warriors los, immer wieder Hydra aufzuhalten. Ja, bis ein Mitglied der Secret Warriors verletzt wird und Nick Fury sich was anderes überlegen muss und dann sein klassisches Holding-Kommando wiederbelebt. Und dann treffen wir auch einige der alten Gesichter aus eben der Holding-Kommando-Zeit und der Agent of Shield-Zeit wieder. Denn er hat ja die meisten oder, soweit ich weiß, sogar all seine Mitglieder seines alten Regiments ja auch damals zu Shield geholt. Wir haben hier ganz klar in diesen Secret Warriors dieses klassische Agentenspiel, dieses Ausspielen der beiden Seiten. Denn ich habe auch klar, also es ist sogar klar, irgendwo in Hydra ist auch ein Verräter. Genauso wie nach wie vor auch ein Verräter auf der Seite von Nick Fury ist. Wobei ich da sogar durch Vermutung habe, dass Nick Fury selbst der Verräter ist, um wiederum Hydra immer zu überrumpeln. Das ist so mein Verdacht bisher. Naja, gleichzeitig glaube ich, dass auch der Verräter von Hydra auch niemand anderes als Nick Fury ist. Da fragt ihr natürlich jetzt wieso. Das hat was mit diesem einen Anführer zu tun, den man ja bisher noch gar nicht kannte. Der Kraken ist eine bisher unbekannte Figur und wir sehen von ihm auch rein gar nichts. Denn dessen Gesicht ist hinter einer Maske versteckt. Und ich habe den Verdacht, dass das ein LMD von Nick Fury ist. Und so kommen alle Infos, die Strucker so verteilt natürlich dann über Umwege auch zu Nick. Ja, auf alle Fälle ist das so mein Verdacht in dieser Hinsicht. Und es ist auf alle Fälle wirklich so auch Spaß, diese Hintergründe versuchen zu erkennen. Denn auch wenn man dann so erfährt, wer die neue Madame Hydra ist, das war natürlich auch mehr als offenbar und macht natürlich Lust, um wirklich weiterzulesen. Also ich bin wirklich am Überlegen, mir die restlichen Bände auch noch irgendwie zu holen, wenn ich sie dann irgendwo mal finanziell unterkriege. Denn ja, obwohl ich diesen Monat eigentlich schon wieder weit über meine Verhältnisse gekauft habe, hänge ich immer noch hinterher. So ist das immer wieder. Ja, dann haben wir wie gesagt hier noch eine klassische Ausgabe von Sgt. Fury dabei, die ihm damals noch geschrieben wurde von Stan Lee und gezeichnet von Jack Kirby. Und das in wirklich einem richtig geilen Stil, was zu so einer Kriegsstory passt. Die Geschichte wurde zwar weit nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt, aber spielt halt im Setting des Zweiten Weltkriegs und lässt wohl viele Erlebnisse von Jack Kirby mit einfließen. Wir lernen auf der ersten Seite erstmal das ganze Holding-Kommando kennen. Und ja, Nick ist hier richtig schön rau, brutal. Und sie kriegen die Mission, ja, einen, ja, Gefangenen der Nazis zu befreien, der Informationen zu dem geplanten D-Day hat. Und hierbei wird Nick schwer verletzt und trotz allem kämpft er hier weiter und muss seinen Leuten noch in den Arsch treten, wenn die sich ausruhen wollen, obwohl er kaum laufen kann. Ja, was ich ein bisschen übertrieben fand, war hier Adolf Hitler, der wurde hier auch wirklich, hat hier, den hat man hier dann eben versucht, seine Sprache zu imitieren. Und das ist dann eher lächerlich als alles andere. Wenn Labravenest redet, ne, wenn Labravenest redet, werst du da erschossen? Auch alle werdet erschossen, hörst du, antwortet was? Haltet den Mund, wenn er schreit. Also es ist, es, es, es klingt einfach nur, es klingt lächerlich und das finde ich ein bisschen blöd. Also da lieber Hochdeutsch und man versteht, was der da sagt und es klingt nicht lächerlich. Damit klingt Adolf Hitler dann eben auch bedrohlich. So ist das einfach nur dumm. Es ist nur ein Panel, aber das war das Einzige, was mich wirklich gestört hat. Es ist auch sehr textlastig, ja, aber es ist okay. Es hat einen wirklich guten Lesefluss, ne, für das Alter kann ich da wirklich wenig meckern, ne. Also es ist wirklich gut. Was mich stört, ähm, der Schwarze im Team, ähm, wie heißt er, Gabriel Jones, der ist grau statt braun. Und das finde ich natürlich schon blöd, ne. Aber ansonsten ist es wirklich auch eine sehr interessante Story. Ich hätte davon gerne sogar jetzt mehr gelesen. Also hätte da in der offiziellen Marvel-Comics-Sammlung eine der Klassik-Ausgaben dem gewidmet worden, ich hätte es geholt. Also das war wirklich okay. Also der ganze Band hat mir Spaß gemacht. Beide Storys auf Secret Warriors bin ich auf alle Fälle jetzt angefixt. Ähm, wäre schön, wenn ich das irgendwo mal wieder runterkriege. Auf alle Fälle macht Spaß. Holt es euch, wenn ihr es seht und ihr eben Secret Warriors noch nicht habt. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss Leute.